Ja was man nicht alles so braucht wenn man ein Kind zu Hause hat. Jetzt zwei Wochen. Ja mein Sohn hat ein bisschen Husten. Die Mutter hat mir ein Enerliergerät mitgegeben. Das ist hier auch ganz neu gekauft. Pari Compacto Junior. Was mit Kochsalzlösung soll ich da einmachen hat sie mir erzählt. Also Mama Denise hat mir das erzählt. Hat sich ganz viele Klamotten mitgegeben. Hier ganz Regal voll. Und noch drei Medikamente oder Kochsalzlösung und dann soll ich Kochsalzlösung hier. Eine Ampulle soll hier irgendwie da oben rein. Sie erklärt. Und dann ist hier noch so ein 4 Tropfen. Also zwei Hübe, zwei Hübser da mit rein in die Kochsalzlösung. Dann soll Levi die so lange inhalieren bis halt die Flüssigkeit aufgebraucht ist. Das werden wir gleich mal machen ne. Und was Levi davon hält. Also ich hab's als Kind mal gehasst. Also nicht gehasst aber älter meint es halt immer nur gut meistens. Ja mal gucken was da was wird. Und so ein Hustensaft. Hustenstiller. Für nachts. So im Wetter. Erkältung. Gar kein Problem. Du machst das. Lashimi da hin. Lashimi da hin. Da hin. Da hin.